Einen Betrieb selber gibt es in der Form, spezialisiert auf Geflügel seit ungefähr 30 bis 40 Jahren. Vor 12 bis 14 Jahren ist dann die Entscheidung getroffen geworden, okay wir wollen alles von unserem Geflügel raus auf die Weide bringen. Dadurch ist dann unsere Linie mit dem Weidegeflügel entstanden. Wir haben seither jetzt schon Weidegänse, Weideenten, Truthähne und Hühner. Am Markt gibt es bereits einige Produkte für Legehennen an Mobilstellen, auch für Masthühner tatsächlich, aber die haben alle nicht unseren Vorstellungen entsprochen. Und die perfekte Lösung war es einfach, alte ausrangierte Tiefkühlanhänger ein neues Leben einzuhauchen. Wir haben eine programmierte automatisierte Fütterung, sowohl lassen sich die Fenster steuern. Wir haben Wasseranschluss direkt auf der Weide, Stromanschluss, WLAN, damit das alles ein Zampffspiel hat. Dass wirklich alles wie in einem großen Stall funktioniert, in einem kleinen Format auf einem Anhänger. Leben ist ständiges Lernen, ständig sich weiterentwickeln, nicht stehen zu bleiben und das ist auch bei uns in der Landwirtschaft extrem wichtig. Wenn wir in der Zukunft mehr Tierwohl haben möchten, dann müssen wir auch etwas dafür tun. Deswegen einfach in die Zukunft schauen und immer weiter tun. 3 2 1 2 2 1 3 2 2 3